Herzlich willkommen bei PSA, Ports & Systems AG. Der 1970 gegründete Betrieb hat sich zu einem modernen Hightech-Unternehmen entwickelt. Über 70 Fachspezialisten und Lernende fertigen mechanische Bauteile und montieren Baugruppen für höchste Ansprüche. Dank langjähriger Erfahrung und profondem Know-how entwickeln und realisieren wir mit und für unsere Kunden aus dem Maschinenbau, der Energieerzeugung, der Halbleitertechnik sowie der Medizinal- und Labortechnik maßgeschneiderte Lösungen. Wir messen uns selber am Erfolg unserer Kunden und setzen uns täglich in allen Unternehmensbereichen dafür ein. Als Gesamtanbieter von Teilen der spanabhebenden Bearbeitung sind wir Spezialisten im Schleifen, Fräsen und im Drehen. Auf unseren Mehraxmaschinen bearbeiten wir Teile von einer Größe von 5 mm bis 800 mm und bis zu einer Länge von 1800 mm komplett und im Fräsen 5 mm bis 1200 mm. Dabei bieten wir von Dreiachsenbearbeitung bis zur Fünfachsen-Simultanbearbeitung an. Zudem dokumentieren wir die Messresultate der gesamten Prozesskette, wodurch die Nachverfolgbarkeit gewährleistet ist. Unser eigenes klimatisiertes Labor erlaubt Messungen im tausendstel-Millimeter-Bereich. Als Spezialisten für die Montage von mechatronischen Baugruppen montieren wir Systeme aller Art bis zum kompletten Halbleiter-Produktionssystem. Wir bauen Prototypen in kürzester Zeit und montieren die Systeme im ESD-geschützten Montageraum. Ergänzt wird das Produkte-Portfolio durch eine hervorragende Logistik und Spedition. Gerne überzeugen wir auch Sie mit unserer Kompetenz, Flexibilität und Zuverlässigkeit. PSA Parts & Systems AG – Ihr starker Partner für optimale Lösungen. PSA Parts & Systems AG – Ihr starker Partner für optimale Lösungen. PSA Parts & Systems AG – Ihr starker Partner für optimale Lösungen. Untertitelung des ZDF, 2020